Wir sind heute hier vom Jobcenter auf einem Kaffee mit Bernd und Katja. Das ist der Auftakt unserer Kampagne für eine sanktionsfreie Mindestsicherung gegen das Hartz-IV-Sanktionssystem. Sanktion heißt immer, dass Menschen in Armut, die an Existenzangst gedrängt werden. Und damit muss Schluss sein, denn Grundrechte kürzt man nicht. Und deswegen lautet das Motto auch Kaffee statt Sanktion. Und deswegen wollen wir heute sichtbar zeigen, dass die Linke sich für die Hartz-IV-Bezieherinnen einsetzt. Dass wir aber auch alle auffordern, sich an unserer Aktion, an unserer Kampagne zu beteiligen. Wenn man sich nicht engagiert, ändert sich nie etwas.